so viele truppen ist nicht normal könnt ihr jetzt bitte mal auffüllen ordentlich fiar fiar machen wir erst mal hier oben würde ich sagen eigentlich schaut es eigentlich aus geflügelter bude wir machen gar nichts hätte titel erben verbinden ja moment sind wir jetzt 22 angezeigt das verstehe ich gerade nicht überall die höchsten oder das ist ja doof müssen wir so lassen dazu nützt du nix oh da hat jemand das großreich gegründet so könnte jetzt nochmal klären das nächste herzogtum hier oben das wäre natürlich auch noch eine schöne Möglichkeit die kämpfen gerade gegen Alba müssen wir mal abwarten ich bin nirgends leider Gast aber unsere ist da besser oder ja wer bist du? spielererbe kaufmännisches genie sehr geil aber es war eins diese Anzeige ist doch hier auch falsch 490 prozept sieht doch gut aus ist tot so erschrecken blablabla blablabla das ist ja das bündnis wechseln genau jetzt sind wir noch mit polen kriegen wir das auch noch weg zu weit entfernt na toll jetzt kann ich ja nicht mal das bündnis brechen ist ja doof ok dann schnappen wir uns das mal sagen hoffen dass das gut geht wenn ist denn so das heilige römische Reich noch verbündet im Namen Kaiserreich die haben auch 11.000 8.000 1.500 ich glaube ich sollte erstmal Geld ansammeln jetzt irgendwas besser aus eigentlich ich kann nochmal Geld bitten ah ist ja geil Money Money oh eine Ratspitze ist tot na gut na gut da kann man ja 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 da kann man beendet ja ich bin mit Frankreich wäre gut die Tochter verheiraten zum Beispiel ja leider gibt es kein Bündnis was ja dass kommt Schwierig, schwierig. Alles gibt es gar nicht. Kleine Königreich Britannien, sie haben alle nur Töchter hier. Ist ja schlimm. Ich erkläre. Machen wir mal herzogtum. Barcelona würde ich sagen. So, heben wir mal. Das sollte schon reichen. Dort sollte reichen. Ein neuer Diplomativvurzug. Meinungswerte geschenke schicken. Schade sicherlich auch nicht. Geht wirklich sehr schnell voran. Was? Wir sind fettleibig? Warum? Sauerei. Gleich mal hier Gewichtsverlust machen. Vielleicht kriegen sie ja dann weg. So. Mh. Mh. Haken wir schnell in die Hauptstadt? Ja komm. Lachen wir schnell in die Hauptstadt rein. Hoffen, dass die da nicht so schnell durchkommen. Hier brauchen wir nicht. 43 Prozent, naja immerhin. So, wir müssten alle auf unserer Seite haben, da kommen wir auch rechtzeitig rein. Es wird persönlich, hoffe ich doch. Klimadische Angelegenheiten, ja. Ja, das wird dir nichts bringen, hoffe ich. Tschüss. Hm. Klachtwurf, Kriegsführungswert, Verteidigung. Ja, so richtig kickt man da nicht so ganz durch. Er wird schon schief gehen. So. Äh. Dann weiter belagern hier. Zwei wichtigsten habe ich eigentlich jetzt schon belagert. Musst du es auch ticken. Schauen wir mal. Das dauert aber lange hier. Dicke Festung drin, ha. Gleich durch. Sehr gut. Ah. Hallöschön. Hab euch. Sie haben jetzt so viel Minus. Gegner geht die Versorgung aus. Deren Vorteil. Auch uns geht die Versorgung aus. So. Befehlzauber. Jetzt aufgeben. Und auf Ritterlichkeit. Ah ja. Ah. Wir sind Tugend Held. Sekt. Gut. Gefällt mir das. Uh. 25. Geil. Ist die Stadt hier belagern oder was? Hey. Tollfuß. Gar nicht gesehen. Ah. 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 Oh. Mein Gemahl ist tot. Na so ein Pech. Weißt du was ich geschafft habe? Warte mal. Ah. Ah. Jetzt wird mir der falsche Tinders Diebbaum angezeigt. Ah ne. Doch nicht. Ah. Wo ist er? Genau. Ah. 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 Danke. Ah. Wer war das? Ähm. Hier. Die drei habe ich umgebracht. Die alten Säcke. Ich habe ja mit der Dame hier angefangen. Und dann sind wir direkt mal die Mutter Spaniens geworden. Anstatt der Vater Spaniens. So wie es ja normalerweise mit den drei anderen ist. War nicht einfach aber es geht. Dazu musste ich auch bloß zwei Brüder umbringen. Und einen erobern. Ziemensweise ich habe einen erobern lassen. Glaube ich. Nein. Ich habe zwei. Einen getötet. Und einer wurde getötet. Von. Wenn anders. Glaube ich. Ja das ist die Schwester. Die ist die wo hier anfängt. In. Fängt die an. Hier glaube ich. Fängt die an. Die hat eine Grafschaft. Hat ein Verhältnis mit dem König von Nian. Also mit ihrem Bruder. Wo man auch sehr lustige Kinder rauskriegen kann. Hehe. Ich habe da eigentlich verschiedene Angehensweisen versucht. Ja das ist das kleinste. Ist auch das schwerste. Ich habe nur zwei Fehler gemacht. Er hat hier jetzt Heilige Sohn und England haben hier was bekommen. weil ich die Falschen verheiratet habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Das kriegen wir auch noch weg. Da brauchen wir noch ein paar Kraftschaften. So. Ich denke mal die eine noch. Dann müsste das reichen. 100 Prozent. Wunderbar. So. Ich habe hier Anzeigefehler. Hier werden Sachen angezeigt die es gar nicht mehr gibt. Hier die Kriegssachen. Das ist ein bisschen blöd. Was ist denn hier los? Oh. Das ist schlecht. Eine Grafschaft. Wir haben keinen Kriegsgrund. Sechs Monate. Da können wir einen machen. Schlecht. Wir könnten uns mal noch ein Gemahl suchen. Gibt nichts. Toll. Wir haben auch sehr gute Werbung bekommen. Unsere ganzen Kinder. Moment. So rum. Genie. Kerngesund. Die Schwister. Das waren die Brüder. Die habe ich ausgeschalten. Musste ich. Gab immer ein bisschen Ärger wegen dem. Erben und so. So. Hier unten. Das kann man wieder vergeben. An. Katalanisch. Katalanisch. Habe ich Katalaner? Wahrscheinlich nicht. Ein Hammer. Ach nee. Kann man ja behalten. Wir sind ja am. Limit. Passt. Ja. Wir haben quasi vom. Katalanischen König das geerbt. Es war der letzte der noch am Leben war. Und keine Kinder hatte. Dadurch habe ich es dann geerbt. Der Galicia hatte. Ist gestorben. Hat aber ein Erben gehabt. Aber Katalan hat ihn angegriffen. Und hat ihn erobert. In der Zeit habe ich eben Mord komplett laufen lassen. Und. Als er. Als er. Das erobert hat. Ist er auch gestorben. Dann habe ich es bekommen. Alles. Den. Ein Erfolg. Habe ich dafür auch. Bekommen. Wie sind. Äh. Ein. Unfort. 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 So. Sehr praktisch. Vor allem. Wenn man. Das genau. Planen muss. Gar nicht. So einfach. Ich habe das schon viele. Versuche gemacht. Im Stream hat. Direkt beim zweiten. Beim ersten. Geklappt sogar. Na gut. Beim zweiten. Beim ersten. Hatt ich den. Falschen. Baum. man fängt ja immer mit rengespiel an mit der aber du hast nie einen bestimmten baum und der hier ist halt optimal dafür ich denke mal mit für früher geht es auch vielleicht weil man meine affäre mit den macht dann kann man sie leichter töten das der über 95 prozent so aber noch waffenstillstand müssen wir gegen england kämpfen wo die sind gerade schwer beschäftigt sehr gut dann stoppen wir uns mal wieder unsere eigentum ich sehe gerade ich müsste mal ein fest mal veranstalten so machen wir das noch nebenbei okay das ist mir jetzt auch das erste mal aufgefallen ist so viel auf einmal das reicht so 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 so